Der SCDHFK Leipzig empfängt am Sonntag mit der SG Flensburg-Handelwitt einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Für die Mannschaft von Trainer Christian Prokop wird die Partie kein Spaziergang. Mit Unterstützung der Fans haben die Leipziger den 11. Heimsieg trotzdem fest im Visier. Wir wissen grundsätzlich, dass wir in der Bringschuld sind, unser Publikum hinter uns zu bringen. Das heißt, unsere Leistung muss an erster Stelle erstmal stimmen. Aber wir haben unserem Publikum unheimlich viel zu verdanken. Wir haben zehn Siege in Folge feiern dürfen, aufgrund dieser tollen Unterstützung und unserer Leistung in Kombination. Und genau das muss am Optimum am Sonntag funktionieren. Für das Spitzenspiel wurden bereits mehr als 5200 Tickets verkauft. Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft könnte der SCDHFK eine entscheidende Rolle spielen. Die Flensburger rangieren im Moment hinter den Rhein-Neckar-Löwen auf Tabellenplatz 2 und gehen hochmotiviert in die Partie. Doch auch die Leipziger wissen, wo ihre Stärken liegen. Unser Teamgefüge, unser Zusammenhalt, unsere Emotionen und daraus resultierend eine gute bewegliche Abwehr im Zusammenspiel mit dem Torhüter und hoffentlich viele schnelle Tore. In den letzten Spielen der Saison warten neben Flensburg mit Kiel, Berlin und Magdeburg noch einmal die Top-Mannschaften auf den SCDHFK. Auch für den langjährigen Sponsor Rewe Zeichen der Erfolgsgeschichte der Leipziger. In 2008 hätte ich mich überhaupt nicht vorstellen können, wo die Reise hingeht. Mit dem Thema Handball haben wir uns damals überhaupt nicht befasst. Und im Laufe der Jahre sind wir durch alle Ligen mit der DAFK gemeinsam gewachsen. Auch die Zusammenarbeit ist gewachsen. Und seit drei Jahren sind wir Goldsponsor bei der DAFK und unterstützen auch dort nach wie vor das Nikolausspielfest. Aber auch als Spieltagspräsentator bei verschiedenen Highlights hier in Leipzig treten wir mit der Rewe hier gemeinsam auf und präsentieren uns und natürlich auch den Handballsport in Leipzig. Anpfiff für die Partie gegen Flensburg ist am Sonntag um 15 Uhr in der Arena Leipzig. Es gibt noch wenige Restkarten. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.